Warum zum Teufel haben Sie die Operation verhindert? Mein Gott! Mein Gott! Dafür wird er in den Knast kommen! Hey! Ganz ruhig! Ihre Kerze ist nicht an Altersschwäche gestorben. Schuld waren massive innere Blutungen und akutes Leberversagen, verursacht durch eine Naftalinvergiftung. Und genau demselben leidet jetzt Ihr Sohn. Sie lügen mich an! Verhindern die Operation von Kies und trotzdem, soll ich Ihnen noch glauben? Ich brauche 24 Stunden. Wir pumpen Ihren Sohn mit Kalorien voll. Diese Leber wird sofort transplantiert. Ja, natürlich wird er operiert. Wenn Sie das tun, töten Sie eine vierfache Mutter. Dreifachen Vater. Ich habe nur geraten. So wie an Dauer. Naftalinvergiftung ist die absolut beste Erklärung, die wir für seinen Zustand haben. Sie erklärt die inneren Blutungen, die hemolytische Anämie und das Leberversagen. Sie verrät uns auch, wie es weitergeht. Wenn Sie den Eingriff durchziehen, wird er 14 Stunden auf dem OP-Tisch liegen, während sein Körper weiter Fett verbrennt und Gift in die Organe dringt. Wie auch immer, Sie haben Glück, er ist wach, Sie haben die Gelegenheit, sich zu verabschieden. Ich denke, Sie sollten Dr. House vertrauen. Geben Sie die Leber dem anderen Kranken. Aufpassen. Die INR ist runter und die Erythrozytenzahl steigt langsam. Ihre Wahl war richtig. Seine Leber heilt aus. Alles wird wieder gut. Die Woche ist rum. Und ich hab meinen Preis gewonnen. Ich gratuliere. Cuddy ist leicht auszutricksen. Für zwei Wochen hätt ich's auch schon gemacht. Ja, wann klack's für dich? Hast du was draus gelernt? Ja. Ich bin süchtig. Äh. Okay. Aber aufhören werde ich nicht. Es gibt Programme. Cuddy würde dir freigeben. Versuch's mit einer anderen Schmerzbewältigungsmethode. Ich höre nicht auf. Du hast eben gesagt... Ich sagte, ich wär süchtig. Nicht, ich hätte ein Problem. Ich bezahle meine Rechnungen und ich bekoche mich selbst. Ich funktioniere. Ist das alles, was du willst? Du hast keine Beziehungen. Ich will auch gar keine Beziehungen haben. Du stößt andere Menschen vor den Kopf. Das hab ich schon getan. Kaum, dass ich sprechen konnte. Ach komm schon. Das ist Blödsinn. Merkst du denn nicht, wie du dich verändert hast? Weiß ich doch. Ich, ähm... Ich bin älter, mein Haar ist dünner. Manchmal bin ich gelangweilt, manchmal einsam und frage mich, wozu der ganze Mist? Nein, ich hab's mit angesehen. Du bist nicht einer, der einfach älter wird wie alle anderen auch. Du hast dich verändert. Du bist verbittert und willst es nicht wahrhaben. Ich weiß, dass ich mich verändert habe. Und nur das Bein ist schuld daran? Nicht vielleicht die Pillen? Die spielen nicht die kleinste Rolle? Sie lassen mich meine Arbeit machen. Und sie nehmen mir meine Schmerzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.